LIST! IGIT! Okay. B. Visor öffnen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Soll ich mich nicht bewegen? Okay. Systeme online! Mit Ruhe entdeckt! Dort haben wir gleich eine Verbesserung der Erdrehtübersicht. Das ist kurz. Die Suchfunktion des Reisers ermöglichte, die Beobachtung aus sich allen fallen. Ah, Suchfunktion? Hören Sie, Prophet. Zell suchen in der gesamten Downtown nach innen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Damit hören wir gut, Prophet. Mach recht. Äh, ich will erstmal die Suchfunktion. Wie zoome ich mit dem Teil? F markieren, B. Visor schließen oder Weiser oder was auch immer. Ah, rechte Maustaste. Muss er mir auch erstmal gesagt werden. Da ist noch Munitionsküste. Das ist soweit alles schon markiert. Okay. Das Ganze wird uns dann auf der Karte angezeigt. Das Erste, was wir brauchen, ist Munition und gegebenenfalls noch eine andere Waffe. So, und ich habe die Grafikeinstellung dann jetzt doch mal auf sehr hoch runtergestellt. Man mag es nicht für Möglichkeiten, aber hoch ist die niedrigste Einstellungsvariante. Was gleich auffällt und ein bisschen schade ist, ist die Tatsache, dass das Greifen der Munition so wie im ersten Teil nicht mehr animiert wird. So, im Übrigen haben wir auch neue Nanoshoot-Funktionen. Ich weiß nicht, ob die noch vorgestellt werden. Aber die verfügen wir scheinbar noch gar nicht. Oder? Ne, aber die verfügen wir noch nicht. Gut, dann kommt das später. Aber ihr habt es gesehen. Das sind zwar immer noch fünf, aber die eigentlichen Einstellungen sind drei. Aber wie gesagt, das kommt dann später. Das will ich dann jetzt nicht mal wegnehmen. So. Das war eigentlich ein direkter Kopftreffer. Auch gibt es leider keine Taste zum Hinlegen. Wie runter von dir ist mir ganz oft jetzt drauf, du Arschloch. Ah ja. Zumindest das Wasser ist dafür schön dargestellt. Gut, den haben wir. So, das was ihr unten rechts an der Karte seht, ist unser Sichtungsbalken. Der war gerade gelb. Was hier gewöhnlich nicht gut ist. Wobei das natürlich das Missionsziel trotzdem bereits macht. Was hier markiert ist. Man kann auch umliegende Waffen markieren. Für den Fall, dass man zu diesen hin will. Was in meinem Fall auch... ...der Fall ist. Ne? Auch in aufgesammelt wird die Munition scheinbar auch noch automatisch in so einem Fall. Oder was? Ich gehe mal kurz zur Munitionskäste. Ach ja, Tatsache, wir haben gerade Munition automatisch aufgenommen. Also, wir haben es einem im Vergleich zum ersten Teil wirklich leicht gemacht. Ganz offensichtlich. Naja, gut. Naja, gut. Ich gehe noch mal leise vorhanden. Was war das? Die Stealth-Anzeuge gibt im Garten der feindlichen Gartenhäuser. E. Tarnfeld aktiviert. Das Tarnfeld bringt vorübergehende Unsichtbarkeit, um nicht im Weg zu beherkommen, feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung und Traumlos verbraucht viel Anzugenergie. Das ist richtig. Eins würde ich gern wissen. Warum ist Locker zu scharf und schief, wenn man es geht? Wir haben doch noch jede Menge andere Scheine am Arsch, oder nicht? Der Anzug ist ein immer um das biologisches Wiesi-Groß. Und wir haben auch seitdem, wenn wir die Stattdrecken und die Stattdrecken haben, das nicht wussten. Vielleicht hat er den Pop-Break ja sogar ausgelöst. Das glaube ich nicht. Das ist was Persönliches. Ich habe gehört, dass Locker und der Dämpel den Nanosuchten verhandeln. Dann ist er immer schief gegangen. Das heißt, dieser Knochen ist durchgetreten. Das hat einige der Nanosuchten vergeben. Locker und Snacker war einer davon. War seiner schwierige Rechtsrunde. Nein, so war das nicht. Locker war aber dann verkackt. Das ganze Nanosuchten-Programm. Wir haben der Sache nicht verbraucht. Wir haben gesagt, dass wir die Stattdrecken nicht verbrauchen. Locker ist an dem Direktor, um zu sein, wenn wir schon vor Jahren besagt haben. Aber wir wollten einfach nicht noch nicht hören. Die Stattdrecken nicht verbrauchen. Wir haben die Stattdrecken nicht verbraucht und einen Weg nach Downtown erledigt. Der Kerl ist völlig ausgerannt. Das schreit nach Vergeltung und zwar ziemlich laut. Amen. Okay. Das war aber aktiviert. Interessant. Ich strecke jedes Mal zum Zoomen das Mausrad. So. Da draußen ist nichts mehr. Okay. War's das? Da ist ein Munitionsding. Taktisches Objekt. Naja, dieses Schild da. Okay. Moment, da ist noch was. Gas-Tank entzündbar. Inhalt Propan. C3H8. Hersteller. Flas. Gas. Ink. Jo. Wichtige Information. Können wir sogar durch die Wände markieren? Ach was. Gott. Nehmen wir mal los. Ich hab dieses Spiel zwar schon mal gespielt, aber das ist eine Weile her. Und hat es dann sogar in der Hälfte irgendwann abgebrochen. Warum weiß ich nicht mehr. Und, ähm, ja. Deswegen kann ich mich nicht ansonderlich viel erinnern. Kann ich die packen, oder? Ja. Sicher. Tschüss. Wird gar nicht lang gefackelt. Ich habe ihn dann einfach draufgehalten. Prophet, hören Sie! Ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Wo ist das Dach? Da ist eine blaue Markierung. Okay, da haben wir das Ding markiert. Huh? Hey! Okay. Auch nicht schlecht. Deswegen konnte ich mich daran jetzt nicht erinnern. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Bewegung! Ausstrahlen! Und den Zettel nach Propheten und Kennen. Das Gelegenheit ist abgelegen. Und irgendwo in Parkzeit. Das Notfall-Sie ist gestern abgezogen. Also ist alles, was sich bewegt, ein Ziel. Kobalt 3 und 6, die Zelte überprüfen. 4 und 2, die Küste absuchen. Wir übernehmen das Castle. Roger. Drückt vor. Komalt 7, ihr Oberscheid. Hören Sie mich. Komalt 7, kommen! Ab die Leute, sonst keine Sorgen hätten. Naja. So, jetzt mal wieder Energie aufladen. Tiefel kontiniert. Scheiße! Okay, das war nix. Und so schnell wie das ging, würde ich sagen, stellen wir mal Vorsitz, habe eine Schwierigkeitsgrad runter. Denn, wir sind... Was? Ja, ja, ist gut. So. Das ist zwar das übliche Prinzip. Ähm... Oder was ist ein Neuerfundritter? Das ist zwar das übliche Prinzip, dass ich grundsätzlich keine Herausforderungen ablehne, aber... Im Fall eines Let's Plays dann durchaus mal... Eine Stufe niedriger Spiele, als ich es sonst tun würde, weil... Mir wolle ja auch vorankommen, Gil. Da war schon mal ein bestimmtes Reel, in dem das nicht so ganz funktioniert hat. Man lernt aus solchen Dingen. Sollte man zumindest. So. Naja. Die haben einen Alarm eingeschaltet, die Arschlöcher. So. Na, Kollege, was hast du vor? Na, ich kauf' ich mir. Schon besser. Gut, der Alarm ist auch wieder aus. Gut, der Alarm ist, ich kera mich einfach episode의 Malte. Also, wir tunpperen sehr gut.